Der einzige Football-Spieler, den man vielleicht kennt. Geil. Der ist 43, der Typ. Eklig. Eigentlich schon tot gefühlt. 43 für einen Sportler. Boah. Sehr schön. So wie die gespielt haben, dachte ich mir, die verkacken. Okay, nehme ich. Mist. Hätte mir noch eine Sekunde länger Zeit gegeben, wäre das richtig... Schön. Gut, als ich den nochmal zufällig berührt habe. Hier. Zack. Oh. Sehr gut. Ich bin hinter dir. Mist. Mist, ich habe gedacht, der wäre bei mir. Schön. Schön, dass du weg warst. Ich hätte dich ja komplett weggenommen. Oh, fuck. Schade. Gut. Oh. Oh. Ich bringe ihn. Okay, kein Boost. Oh, er hat mich ausgeholt. Oh. Die klauen dir extra Boost. Das können sie wenigstens. Oh. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Wichtig. Bin im Tor. Oh. Gut. Oh. 1 gegen 1 erstmal meinem helfer weggetackelt ich nehme ich nehme obwohl du du ich hätte nicht gedacht dass du so gut land ist also ich dachte du wirst schiefer stehen deswegen dachte ich ich könnte gut übernehmen aber hat easy funktionieren zack das war der sieg hat sich ja voll gelohnt hat sich nicht gelohnt nein ok man kann sich vertreiben dreimal gg ja in meinen fall auch so round durch unser teamwork ist das glaube ich ein bisschen besser ja ja deine tore fast kickoffs damit habe ich nicht gerechnet scheiße das war dumm von mir oh ah mist nein er geht nicht hier jawohl schöner was mehr kann ich nicht wir haben alles gegeben als ob es gewollt war dann zwischendurch geblockt und ihn noch getackelt das könnte ein spannendes match hier im schilder ich bin am meter vorbeigefahren fliege vorlage ja sehr gut kein guter schuss von mir aber hat gerecht habe ich den schön auch schlechter schuss aber hat gereicht ist am fosten hängen fliegen ja richtig hängen geblieben ok schön dass du ihn hattest jetzt musst du ihn haben ja aber schlecht oh danke oh das war nicht gut ich habe kaum mietwo ja sehr schön schade schau'n gegen die wand und dann hoffe ich dass er irgendwie ins tor geht noch mal noch mal noch mal ach man ich nehme ok scheiße doppelt geohnt alles gut erst mal hat er mir den ball vorm flip schade vom flip weggenommen und der andere hat mich gekillt aber nicht ex also aus Versehen halt oh war die falsche Richtung das ging dann am ende also dass wir doch mit zwei punkten Vorsprung gewinnen hätte ich nicht erwartet wenn man gut fliegen kann und so das sieht man aber Positionsspiel das ist halt das was so manche meine ich wo man denkt oh ist der saugut aber der läuft halt jedem ball hinterher ja daniel meinst du ohne den Namen zu nennen ja aber jetzt habe ich ja schon Daniels Namen oh oh gott sei dank schön nein ich habe gehalten voll nicht hin fast trotzdem noch mal das war fast doppelpass ja bist du da okay aber ich bin vor ihm vor ah schlecht oh komfort nein schade wir haben gerade nicht über dich abgerotzt nein 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 nehm ich wir sind hier noch in einem spannenden 0-0 und Marco kriegt einfach kein Tor hin scheiße ja ist voll der Loser voll der Loser die die ja oh ha wenn Marco keine Tore macht will ich irgendwie doch nicht mit euch spielen ja also selbst die lustigsten Leute halten Markus Tore Torschüsse und mit lustig meine ich mich ich greife an schön als ob er ihn nicht berührt als oh cool ich weiß nicht was die machen aber es ist ein bisschen seltsam okay er hätte mich easy austricksen können eigentlich ne der stand auch scheiße ups die liegen 2-0 hinten dann kassieren wir ein Tor dann was für eine Parade schade ne ne ja okay okay da müssen wir gewinnen als ob gut bin am Tor oh kacke schön oh doch boost scheiße macht macht nein die geht gut okay Achtung ja scheiße scheiße war gut von mir nicht gar schade vorlage easy ich hab ihn mal gelassen schade höh